Der Titel In Pieces Der Titel In Pieces Welch ein Kontrast! Hier die sorgfältig ausgearbeiteten Korken, fast zum Greifen deutlich, daneben die transparenten Flaschen, deren Materialität sich beinahe aufzulösen scheint, darüber die Zeichnung des Männerkopfes mit Hut. Schlicht, nur Kontur, fragmentarisch. Und schließlich die schmalen, hellen Flächen, als habe Monika Bär ein paar Farbproben auf Papierstreifen auf die Leinwand geklebt. Virtuos setzt sie unterschiedliche Techniken und Stile ein, setzt Flächen neben Tiefenwirkung, Zeichnung neben Malerei, Erkennbares neben Rätselhaftes. Über die Frage abstrakt oder gegenständlich scheint sie sich souverän hinwegzusetzen. Unklar bleibt, ob es eine Beziehung zwischen den so unterschiedlichen Motiven gibt. Eine Geschichte erzählen sie nicht. Aber es sind gerade die Hauptfiguren in dieser Serie die Flaschen, die an unsere Hoffnungen und Wünsche, an schlechte Gewohnheiten und Enttäuschungen erinnern und vielleicht daran, wie die Welt nach dem Genuss mehrerer Gläser Aperol aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020